Jetzt geht's los, ihr crazy town Wir wollen die Welt sehen Endlich, hab ich dich gefunden Wir brauchen dich Nur du kannst uns helfen Aber Kai, siehst du nicht, dass ich auch Hilfe brauche? Hä? Der braucht gar keine Hilfe Der kann da einfach durchlaufen Die Spalte im Käfig ist größer als Fucking Katja Krasawitzes Vagina Wir haben es geschafft Halt deine Fresse, du dummer Bastard Alter, der kann da einfach aus dem Käfig durchlaufen Junge, so ein Bastard Aber ja, das ist jetzt erstmal das Spiel Wir müssen jetzt erstmal aus dem Schiff hier entkommen So, wir sind aus dem Schiff draußen Doch was ist das? Hilfe! Hier! Hilf mir! Junge, was soll mir dieses Spiel sagen? Man sieht Teddybären, Biber Und irgendwie so eine So eine verfickte Taube Wie sie gezwungen werden Zur fucking Gangtour 2.0 zu gehen Mit Simon Desu Aber jetzt stelle ich euch erstmal Kao richtig vor Das restliche Outfit Habe ich mit einer schwarzen Hose Von Bershka Die leicht distressed ist gepaart Und passt dazu noch Schlichte Schuhe von Sarah Nein, also auf jeden Fall Kann Kao halt schlagen Er kann Doppelsprünge machen Ich tue immer so gerne zur Hintergrundmusik hüpfen Oh, was haben wir denn da? Ein alkoholkranker Biber schläft auf einer Bank Tolles Spiel für Kinder Was ne Message Aber genau diesen Biber müssen wir aufwecken Willst du in den Wald gehen? Junge, dieser pädophile Bastard ist ja schlimmer als Swiper Willst du in den Wald gehen? Junge, ich hab das Gefühl Wenn ich jetzt das Falsche auswähle Fickt mich der Biber in den Arsch Aber leider müssen wir in den Wald Richtig Yeah Und das ist schon unsere erste richtige Welt Im sogenannten Biberwald Scheiße Jetzt gibt's aufs Maul, Alter Fuck Hey Kao Hier ist deine erste Aufgabe Finde meinen Freund Er bringt dir bei, wie man die Nüsse benutzt Wie man die Nüsse benutzt Dieser perverse Bastard Hallo Kao Nimm die Nuss und drücke die Wurftaste, um sie zu werfen Nuss Aber das Spiel war so krass meine Kindheit Oh nein Jetzt pisst auch noch ApoRed ins Wasser, Mann Gar kein Bock mehr Gebe diesem Video einen Daumen nach oben Oder der Biber wird dir ein zweites Arschloch aufknabbern Und dann quand alles reinstıyorsun Euer territorial nur bei dem How's das Ich скую